Als ich meine Katze im Kinderbett gefunden habe, habe ich ihn aus Versehen sehr verärgert. Dabei wollte ich nur gucken, was er da macht. Was willst du, Mutter? Siehst du nicht, dass ich schlafe in meiner Höhle? Wehe, du machst sie kaputt. Und genau das ist leider passiert. Marcel hat das Handdoch extra da so angebracht und ich habe es viel zu weit weggezogen. Und wieder zurück so anzubringen, hat es nicht geklappt, es ist immer wieder weggerutscht. Was ist eigentlich in deinem Kopf vorgegangen, als du das getan hast? Zur Evolutionsbremse. Entschuldigung. Jetzt entferne dich aus meinem Sichtfeld. Ich habe auf Kosmosrat gehört und bin an Apollo begegnet. Der war auch ziemlich angefressen, weil ich davor im Dunkeln auf ihn draufgetreten bin. Momka, deine stinkende Hand macht das auch nicht wieder gut. Und dann muss der Cosmo auch noch sein Medikament bekommen. Ist das ein Leckerli? Lass mal riechen. Bah, das ist die Tablette, schieb sie dir sonst wohin. Als ob ich schon wieder drauf reinfalle. Meistens fällt er wirklich drauf rein und denkt, das ist ein Leckerli. Aber diesmal leider nicht und ich musste ihn zwingen, sie zu nehmen. Deine Eltern haben dich doch beim Schrottwichteln gewonnen. Das werde ich dir nicht verzeihen. Apollo, geh und mach deinen Move. Momka, kennst du Aschenputtel? Ja, kenne ich. Stell dir vor, du bist die Prinzessin. Aber nur aus dem Teil, bevor sie ihren Sugar Daddy geheiratet hat. Was genau meinst du damit? Diese meine ich, pass gut auf. Apollo, du machst dich voll dreckig. Ganz genau hast du gut erkannt. Du wirst wie diese Aschenflitchen alles mit der Hand auflesen. Jeden einzelnen Korn. Und wenn du damit fertig bist, machst du uns frech. Und dann darf ich auf den Ball? Momka, welcher Ball? Hast du vergessen, wie alt du bist? Wenn du ein Sugar Baby werden wolltest, hättest du vor 20 Jahren anfangen müssen. Na, Apollo, hast du es ihr gezeigt? Und was machst du da eigentlich? Ich putze meinen Bauch. Wieso? Habe ein Ei auf Momkas Bett gelegt, aber mich dann aus Versehen auch drauf gelegt. Ih, da lag ich auch gerade drauf. Wie gesagt.